Wir fangen hier mit der konkreten Historie hier in Nord-Kasachstan im Jahr 2017 an, aber über eine Montage von Technik in Kasachstan haben wir schon viel länger gesprochen. Der erste Zeitpunkt war im Jahr 2017, als wir von Herrn Oksakanov und seinem Team angesprochen wurden. Wollen wir das nicht hier in Nord-Kasachstan machen? Wir haben hier gute Voraussetzungen. Der zweite wichtige Schritt kam dann im Dezember 2019. Als ihr Präsident, Herr Tokayev, in Berlin war und dort Frau Klaas Mühlhäuser, die eine der Inhaberinnen der Firma Klaas getroffen hat. Und in der Zwischenzeit, Herr Tokayev, in Berlin, im Jahr 2019, war die Gespräche mit Frau Klaas Katrin Mühlhäuser, einer der Klaasen der Firma. Who ist der Klaasen der Kindheit? Kommt in Berlin, hinten in Berlin. Wir scheinen Teil der Bremen, in Berlin, in Berlin, in Berlin, bei der Frau Klaasen, und der Klaasen der Klaasen der Klaasen der Klaasen der Klaasen. Untertitelung des ZDF, 2020